hey leute herzlich willkommen zu baro 4 wird schon in 321 und jetzt und leute wir wollen jemanden nein endlich endlich ja wir haben jetzt jemanden im blickfeld sage ich mal und wer das genau sein wird werden wir nicht verraten ich laufe jetzt einfach die ganze zeit weiß weiß ich habe den kaputten bogen haben aber ich möchte dann wenn wir das einfach nur warte mal ich habe die zwei bögen jetzt haben klar egal welche richtung müssen wir ja ich koordinaten an wir sind sogar ziemlich nah dran also wir müssen echt weit ja klar blöcke oder sowas müssen wir ja okay das haben wir trotzdem ausschau halten und so weiter ihr du weißt ja letzte folge banks und ja das will von dem her auch wir haben ja auch drei grad drauf holly diesen und ja einfach einfach ein bisschen aufpassen ich habe meinen bogen habe ich die haben sie haben uns auf uns abgesehen oder so was ist denn mit dem los oha bill und bank ey lass einfach selbst ohne da ist eine hexe wir rennen einfach dahin zu den koordinaten und dann gehen wir nach unten kommen wir dann von spawn ich hoffe nicht alter wie die uns einfach im dings haben im visier wir müssen ja also das könnte jetzt die letzte folge sein ich bin ich bin direkt hinter dir gegen die beiden echt wenn wir die sehen da haben wir ja also das ist weil du kurz war ja 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 ich muss kurz mein essen tauschen so warte mal zack 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 essen oh man warum schon die uns immer hinterher das ist echt ein mysterium wieso tun sie das ich meine wir sind nicht aktuell wir sind jetzt ja wir sind eine folge noch ja eben also es ist halt es ist halt seltsam warum sie uns direkt hinterher scheuen kann ja auch zufall wieder sein ich meine ich habe keine ja gut wir haben koordinaten gezeigt oder gesagt aber ich habe sie immer wie ich habe sie nicht einmal ausgeblendet weil ich wusste dass wir nicht aktuell gehen aber den erlisten den wir jetzt gerade suchen hat immer brav seine koordinaten ausgeblendet außer einmal der basti das war echt gut also von dem her wir gucken mal ob das alles so klappt aber alter bitte lass uns nicht auf banks und viele wir sind auch gleich schon da wo wir hin okay hier ist eine world bench gut auch bei dem da okay gut dann gehen wir jetzt hier runter ich folge dir minus achtung achtung pass auf was auch so ja okay kurz ich brauche blöcke warte 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 ich sneak kurz ich brauche auch blöcke ich mache mir auch blöcke hier runter so wasser einmal habe ich auch unten habe alles unten so ich komme jetzt runter okay wo bist du lang da lange dann komme ich jetzt aufpassen soll es sind in diese richtung ist immer relativ safe würde ich mal sagen wir können eigentlich ins wasser springen würde ich sagen oder ja okay ich kommt hier hinterher so ich mache hier okay noch gold lassen wir einfach mal würde ich sagen ja 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 ich habe jetzt keinen nerv dazu wir versuchen jetzt erst mal den typ zu finden genau ich denke aber das fleißige zuschauer von euch von varro sogar tatsächlich jetzt schon wissen ich glaube ich glaube hier war ja hier hier hat er da obsidian abgebaut hat er hier eine base ist das seine base mit der tru ist das eine redstone chest trotzdem mal drunter aufpassen dass du nicht irgendwie das sind die öfen das ist wahrscheinlich seine base die öfen ist auch nicht so stehen niemand genau das hat in der folge danach gemacht hat er noch nicht gestritten in der folge oder nene aber trotzdem lass aufpassen irgendwie dass jetzt hier nicht viel und banks irgendwie uns finden nee das also eigentlich nicht kann wir sind auf eben ja die können die uns von oben nicht sehen mit selbst wenn dann müssen sie das ist nein ich glaube nicht selbst wenn wie gesagt okay gut also der ist auf jeden fall am strip mein okay hier war dann ende wir bundeln uns mal ganz kurz weiter vielleicht irgendwas zugebaut ja also das war echt unnachsichtig sorry aber es kann ja auch sein dass er noch das problem er hat eine folge eigentlich können wir sagen wer das ist oder das macht ja keinen unterschied ja doch wir können wir wissen ja im petritt ja auf jeden fall wir hatten immer wieder geguckt jemand aktuell gehen er hat eigentlich auch noch eine folge die online gehen wird nur weil die koordinaten gezeigt haben wenn in dieser folge anfängt zu meinen wird er nicht ja dann nächsten direkt wieder rausgehen und ich denke mal dass er sich hier irgendwo aufhält ja er muss sich hier irgendwo aufhalten aber die öfen hat er noch dort stehen also wieso solltest du dann lass mal die öfen nutzen dann können wir vielleicht sprachen ja ja ich kann mir sehr gut vorstellen dass wenn er sich einloggt stehen wir plötzlich da ja ok kevin und titan sind am start alles klar also ich habe man jetzt auch okay hier ist lava noch die sorte davor platziert das ist eine gute frage keine ahnung hallo sucht uns bitte sie wollen kämpfen glaube ich okay wir müssen dann müssen wir das ganze hier vorbereiten wenn er sich wirklich hier befindet müssen wir die ausgänge versperren dass er nicht so gut wegkommen kann ja und wenn er sich nicht ja ich mach mal hier den strip meinen gang zu und dann mache ich jemand nach da oben zu einfach nur für jeden fall naja das ist okay ich würde sagen dann wenn wir ihm nachschauen loggen wir uns dann auch hier ein also wir haben ja auf jeden fall dann bauen wir das da noch zu dann können wir so lange meinen würde ich sagen einfach oder war einfach mal hier so ein dingsbums ich schmelze einfach stark weiter mega schiss dass uns banks und so entdecken hoffe nicht ich hoffe nicht hast du noch sachen zum braten essen oder so bestimmt würde mal ja hier schicken voll viel mach mal hier noch kohle rein warte mal ich gucke einfach mal wobei uns die ja sehr nichtmals was bringen das ist ja das doch sind ja schon voll dir okay jetzt noch eine höhle okay da ist ja wir können ja seine kiste als team kiste claim einfach so und dann wie er dann reagiert das wäre auch cool dann würde ich feiern okay jetzt wird es echt jetzt bin ich das geilste wäre jetzt wenn er jetzt drauf träumen wird alter das wäre das wäre wirklich legendär okay ja was soll man machen so lang dass sie wir spielen ja ich habe ich habe ja ich habe gesagt weil ich weiß nicht hatte gerade maus und tastatur nicht in der hand und dachte hinter mir dann kann ich hier wieder für dich okay warte mal hast du fand ich werde nicht reiten thema hier ist auch noch ein gang weil und hier hat er wurde hinter sich mit kabel zugebaut weil hier wasser ist okay ich gucke mir das wenn er sich hier ausgelockt hat alter petritt das wäre wirklich das wäre episch aber wir denn hier auf höhe 11 18 nee oder kannst du die kaltys ruhig aufmachen eigentlich denke ich mal ist er hier hochgegangen das ist die frage dann gehe ich nicht kann ich mir nicht vorstellen da so ein bisschen nee der hätte das wasser weg gemacht ich denke also weiß es nicht ich würde echt tippen der ist noch da amtschillen was sagst du das wäre halt echt nice man ja wärs wärmer geil da ist noch lag was kommen die level vielleicht aber so essen habe ich hier unten ich komme wieder zu dir ich bin zu weit weg so bevor da du kalt wird gekickt okay das blöde wir sollten uns aber in so einem seiten gang oder so ausloggen ja nicht direkt dort das wäre um praktisch tatsächlich also wenn er jetzt schon würdiger dann wäre scheiße ich bin nicht bei dir ich weiß nicht bin ein sneak du bist hier durch eine höhle gelaufen oder ja siehst du meinen namen scheiße wo bist du ich sehe dich nicht lauf einfach mal zurück ich überlege gerade wo ich zurückkomme ja das frage ich mich auch gerade ich habe ich das getan ich glaube ich muss hier hoch wieder zu du bist hier irgendwie entlang da war ich bin in der schlucht wieder ich bin in der schlucht wieder ja dann war dann war eine wasser dingsbums ins höhe oder ist das eine andere nein du bist hier gerade ich sehe dich ich sehe dich ok 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 alter macht das nie wieder ne mache ich auch nicht mache ich auch nicht wir bleiben jetzt zusammen ähm so 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 noch mal wie wäre es wenn wir uns hier auslocken schreib was dazu schreib ja ja war schon dabei true words ja soll man ja nicht so frech sein könnten auch denen einfach irgendwelche koordinaten schreiben die geiern ja auch die ganze zeit die wollen uns unbedingt ich verstehe es aber auch nicht warum denke die joinen uns das verfahren nach weil die wissen ich kann mir sehr gut vorstellen dass die uns immer nach join weil die wissen dass wir an der oberfläche sind und einfach nur umher und leute kann ich auch glauben und die haben das glaube ich auch von dem her haben wir schon ein paar mal gesagt gegen die werden wir erstmal nicht kämpfen das wird nicht passieren mhm ey das ist das ey sag mal wenn er jetzt aufkommt los petret join petret los auf den server du willst aufnehmen soll ich ihn anschreiben hey komm mal schnell warte online wäre glaube ich nicht müssen auf jeden fall dann seinen kanal auschecken wäre natürlich episch wenn er nach seiner folge aufnimmt also das heißt er nimmt stellt seine folge online und nimmt dann erst auf dann wäre sowieso gg warte mal ich mach mal hier ein bisschen das da rein holz ganz kurz die gastrine brauchen wir die noch ich glaub es nicht hier nimm mal das mach mal bitte kurz den amboss und den verzauberungstisch ja hier rein ich mach mir jetzt nämlich hier es gibt schon an die holly und isen warte kurz amboss mach mal amboss ich habe 20 level mittlerweile wieder ja ich will jetzt auch vielleicht auch sharp 5 dann stell mal amboss auf achso du hast ja ja okay gut äh ich geb mal einfach so ähm ja das mach ich da ist zombie vielleicht brauch ich nicht so ähm bla 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 ich mach dann einfach ich werde auch anfangen mit sharp 5 dann machen wir das jetzt einfach ich hab power 3 bogen das soll erstmal reichen ah ne ich hab nur 10 strings bleib aber bitte in der Nähe okay ich mach meinen bogen auf power 4 okay mach das mach das stimmt das wollten wir das letzte mal eigentlich stimmt 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 ganz vergessen warte mal oh ich verzauber jetzt ein stein darf jetzt ein steinschwert verzaubern äh so dann darf ich jetzt erstmal ähm power 1 power 1 hey lol auf steinschwert kriege ich sharpness auf das andere nicht unbreaking sharpness so hier ähm sharpness ok dann ich hoffe das passt soweit ähm sharpness 2 hab ich wieder hier auf dem schwert jetzt hab ich noch 2 level wow kann man hier noch was raus ok ich brauche noch 3 level dann hab ich sharpness äh hab power 4 was noch wie viel? äh 3 level töte mich dann hast du die ok ja let's go let's go ähm das ist direkt schön viel level aber noch 11 eisen gleich zu schmeißen eieieiei wird Petrit jetzt rein das wäre der wahre moment für uns das wäre echt nice man ich meine gut man kann uns jetzt auch nicht vorwerfen dass wir äh es auf eine person abgesehen haben es hat sich einfach verdammt nochmal angeboten ja deswegen bevor wir jetzt wirklich sagen ey ihr feuchlinge wollt nicht gegen übrigens viel aber gegen einzelne wir haben wir hätten auch teams geholt aber es war der einzige tatsächlich neben einem anderen noch der auch alleine war lustigerweise aber die ähm ja aktuell also im bereich sind aktuell zu gehen wir gucken einfach wir gucken wirklich die folgen genau und sagen da dies das dralala und dann äh vergleichen wir wie viele es schon aufgenommen haben oder wie viele folgen schon aufgenommen wurden das können wir alles in der konfinant lesen und äh das hat halt einfach äh perfekt gepasst würde ich jetzt mal behaupten wir waren ja auch ziemlich in der nähe dass wir so nah sogar waren wusste ich nicht weiß wir locken uns hier aus würde ich sagen oder? da und in diesem seitengang oder in diesem ok ich habe äh power 4 nice alter geil warte mal wie viele pfeile hast du ach warte mal da mach ich jetzt nicht ich hab 48 ich mach ne schaufel ähm so ok dann die kohle nehm ich wieder mit redstone schmeiß ich weg das brauchen wir ja wirklich nicht eigentlich ich mach mehr flint das kannst du machen dann können wir noch ein paar pfeile machen ja so in einer minuto 30 haben wir gekickt alles klar warte mal ich mach mal hier so willst du noch ein bisschen essen haben das guckt matten kannst du haben oder steaks ja ich pork bite ich dann einfach ich hab jetzt denk ich mal genug ja dann alter ich krieg einfach verdammt nochmal kein flint raus eieiei ok da sind deine steinschwerter ah doch da kam flint so da kann ich nämlich noch mehr pfeile machen kohle nehm ich noch raus boah petret alter komm schon lass uns nicht zu krass lang warten wenn er ne wenn wir joint können wir nicht gekickt werden ich wollte schon sagen wenn er jetzt joint und wir genau in der sekunde gekickt werden hat er ja Zeit abzuhauen das wäre ein bisschen oh ja und kriegst du ein paar flints ja ja hab welche ich hab direkt eins bekommen ja aber das sind halt mega selten ich hab jetzt vier flint ich glaub zehn prozent oder sowas wahrscheinlich nur ja ich baue einfach das gleiche immer ab ah ich hab zwei flints wie viele federn hast du ich hab alle dir gegeben immer ich hab keine ok ja ich hab noch 15 federn 15 ok nice man muss auf jeden fall mehr pfeile ok warte mal ich baue schon mal oh ich brauche ne neue äh basti ja was ich brauche ne neue spitzhacke wenn wir gleich gekickt werden bau du schnell Emblem und Chanta ab bevor ich das nicht mehr kann achso ja äh ja gut ich hab die dia pickaxe noch am start aber so ich hab jetzt auch ich baue das jetzt schon mal ab einmal und zweimal hab's im inventar alles klar ok ähm wir werden gleich kickbereiter inventar vor für kampf ähm da ist das da ist das da ist der bogen da ist der goldene apfel der wassereimer ist hier das feuerzeug ist da mach ich sonst noch was spitzhacke mach ich noch runter komm mal hier in den nebengang einfach ja stellen wir uns hier hin ich komm hier hin du dahin dann könnten wir den hier ich glaub es besser wenn wir abgespielt warte mal dann mach ich das schon noch zu und äh okay ja klar wenn wir drauf gehen also nach join auf jeden fall okay leute das muss klappen es muss klappen drückt die daumen leute ohne witz ähm ja feuert uns an und wir hoffen es geht bis dann und tschüss 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 tschüss